Und guck mal, was dann mein Rechner macht. Er explodiert. Nein, er verdoppelt dir nur die CPU-Last. Okay. Insgesamt der Datenausgabe. Ich habe keine verworfenen Frames und ich habe 60 FPS im Hauptmenü. So, auch mal hallo an die Leute, die auf YouTube... Man hört mich ausreichend. Das ist immer gut, wenn man mich ausreichend hört. Ja, und auch ein herzliches Willkommen an die Leute an YouTube. Moment, das ist irgendwie schwachsinnig, wenn ich auf YouTube streame, das zu sagen. Ich live streame und nehme es gleichzeitig auf und noch habe ich 60 FPS. Jetzt lade ich mal das Spiel und es hört wahrscheinlich auf. Nein, nein, nein. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich... Danke, dass du mir reinredest. Es lässt mich nicht raus. Gut, dann gehe ich eben so mit Gewalt. Ich habe keine verworfenen Frames und durchschnittlich 60 FPS Aufnahme. Jetzt muss ich nur noch meinen... ...Chat so verschieben, dass ich auch noch den Chat sehe. Das wäre ganz geil. Und dann eier ich ein bisschen rum und der Fino gibt eine Runde Burger und Pommes aus. Heißt das jetzt, ist das alles gut oder ist das alles scheiße? Ich sollte jetzt lieber nicht mehr raustappen. Kann nur schlimmer werden. Aber ich habe einen Chat, der mir sagt, ob alles scheiße ist. Und ich streame mit neuen... Kann man sich das anschauen, so von der Qualität her? Und ich wusste, dass der da steht. Ich habe vorhin noch den Sound getestet, weil... Läuft flüssig. Und sieht es auch halbwegs brauchbar aus? Oder ist das mehr so ein... So ein Mus. Fick dich doch! Konnte man nicht... Ach, man konnte natürlich... Ich bin gleich tot, ne? Sieht sogar gut aus. Also nicht damals, wie damals bei... Was ist denn das Maximum? 720p? Also... Ich... Sollte ich jetzt speichern? Ich weiß nicht mal mehr, wo die Waffen sind. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, so ein Mist. Es sieht aber gut aus. Delfinium muss es ja wissen. Der weiß, wie es gut aussieht. Der hat mich schon mal gesehen. Der weiß, wie gute Sachen aussieht. Ja, 1080p ist max. Okay. Wo sie denn hin? Ich habe den Ventilator, glaube ich, angehalten. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, wo ich bin. Und zwar so ein Überhaupt. Aber ich nehme mal den Weg über den Ventilator. Um nach... Weiter oben zu gelangen. Okay. Und anders als damals aus Twitch, kann ich jetzt auch den Chat lesen. Das ist sehr gut. Und hier hoch zu kommen, hat sich gar nicht gelohnt. Das ist schön. Oh Gott, er hat sich wieder aktiviert. Was ist das denn für ein Mist? Ich sitze hier fest, glaube ich. Ich kann sehr weit springen, muss ich sagen. Das ist alles viel besser als auf Twitch-Dormer, hoffe ich. Keine Sorge, für die Leute, die sich den Stream nicht anschauen, was ziemlich wahrscheinlich alles sind. Ja, aber da muss ich meinen Laptop auch noch laufen lassen. Und woher denn hier schnell speichern? Das ist halt irgendwie scheiße. Quicksave F7, wieso liegt denn das auf F7? Wer macht denn sowas? Bin ich überhaupt richtig? Ich kam von da. Und muss nach, wo muss ich denn hin? Ja, ich habe das Ding ja nicht mehr gespielt. Außerdem war auf Twitch immer das Problem, dass man mit der Bitrate ewig runtergehen musste. Also es kam dann bei den Leuten nicht mehr an und keine Sorge, ich werde den Stream dann wie gesagt in eins entfolgen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Qualitiv hochwertige Hochladen. Für die, die den Stream nicht ein, nicht den Schalldämpfer runter schrauben, den brauche ich doch. Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Da liegt ein Toder. Ich hasse Scharfschützen seit Heidel. Oh. Erstmal voll reinlaufen. Was sind denn für Probleme? Was für den Scharfschützen schießt der echt scheiße? Ein einziger. Gut, dann kann ich ja das nächste Mal dann Machines aufnehmen. Da war noch einer, glaube ich. Ich freue mich schon, wenn ich Machines aufnehme und da die ganzen tollen Tipps habe. Die mir Delfino geben wird. Was ich denn machen muss. Und was ich alles falsch mache. Ich mach alles falsch und muss alles anders machen. Ach, da unten ist der Pinner. Schnauze da unten. Hey, wenn ich das lang genug streame, dann habe ich vielleicht irgendwann tatsächlich mal zwei Zuschauer. Oh, äh, drei Zuschauer. Ich habe ja schon zwei. Ich schaue meinen eigenen Stream zwar nicht an, aber... So, wie sieht es denn mit der Aufnahme aus? Ich habe noch weiterhin keine verworfenen Frames. Es läuft konstant mit 9 Mbit. Wo komme ich jetzt wieder raus? Gute Frage. Das nehme ich mal mit. Doch, doch, du bist der Pro. Du sagst mir dann einfach, was ich tun muss. Und dann mache ich es so. Und wenn es nicht funktioniert hat, bist du schuld. Das ist... So machen wir das. Ich muss mal gucken. Ne, den Stream werde ich nicht in die Folge mit einbringen. Ich lege mal irgendwelche Hebel um. Ach so, schon schnell was passieren. Oh, du bist tot. Oh, da laufe ich vielleicht lieber nicht rein. Nein, da laufe ich definitiv nicht rein. Oh, das ist okay. Und da... Aber bei Marchins, ich habe die Mission ja jetzt schon geschafft fast. Naja, fast. Ich weiß nicht, wie lange die noch dauert, aber... Die ist durch und danach kommen bestimmt nicht mehr viele Missionen. Ja, ich muss den Rollen aus, weil ich glaube, ich muss abnehmen, damit ich da durchpasse. Das halte ich aber verunreicht, dass das funktionieren wird. Wo war dieser Hebel gut? Macht der irgendwas? Hält auch die Rollen nicht an? Was macht dieser Hebel? Was ist das für ein Insinn? Nein? Was ist das denn? Hebel. Okay, ja. Okay, alles gut. Das ist ein Hebel. Den kann ich betätigen. Was auch immer. Passt schon. Funktionsloser Hebel. Ach, ganz toll. Wir haben ja gar nichts gemacht hier. Ich will nur mit der Maus... Der Hebel legt fest, ob das Spiel durchspinnen kann oder nicht. Ich lasse mich raten. Damit ich es durchspinnen kann, muss ich ihn in eine Position bringen, die gar nicht existiert. Moment mal, steipern ich mich da mit der Pistole weg? Ich glaube, es hackt. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Liebensgefahr. Das gibt es doch nicht. Ich habe ganz vergessen, wie viele Steuern die immer laufen. Willst du nicht mal den Hebel umlegen? Macht der Hebel vielleicht das? Ach, die fahren die Brücke ein. Scheiße, was ist das denn? Vor allem warum? Heißt das, ich muss jetzt zurücklaufen? Ich soll vielleicht nicht mit der Pistole auf der Entfernung schießen. Das wird doch nichts. Moment, ich habe dann mal... Ach nein, sobald ich näher hinlaufe, werde ich eingefahren. Verstehe. Komme ich da rüber? Ich bin sicher, das ist so nicht geplant. Du bist tot, Verräter! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so nicht geplant ist. Aber es funktioniert. Aber irgendwas sagt mir mein Gefühl, ich hätte da runterfallen sollen. So. Ich muss doch die Kamera kaputt schießen, das ist wichtig. Das kann man das Spiel nicht durchspielen. Speicher nochmal. Und guck einfach mal, wo ich langkomme. Nein, jetzt nicht mehr. Du bist tot. Lass mich raten, die sind alle zu. Was? Natürlich, der Leere ist offen. War ja klar. Ist jetzt vielleicht eins offen? Was will ich raten? Die Leere ist jetzt offen. Hey. Das bringt es ja richtig. Machst du mal auf. Danke. So, ich muss das, glaube ich, alles so ein bisschen... Das Problem ist, ich muss jetzt auch wieder einstellen... Äh, nein. Zu groß. Halt! Ich bin auf deiner Seite! Der lügt doch. So. Ich würde nur gern wieder, wo ich hin müsste. Ich habe das komplett vergessen. Das ist... Ich folge einfach mal den Weg. Der hat da auch ein Sturmgewehr. Ich gucke mal ganz kurz, ob die Aufnahme... 60 FPS. Gut, bei aufwändigeren Spielen könnte das schwierig werden, Videos aufzunehmen und gleichzeitig zu streamen. Aber das ist jetzt noch nicht so aufwendig. Achtung, Hochdruck... Räder sprengen? Ich brauche vielleicht was Größeres. Ach, nein. Das Rohr ist beständig. Der Boden nicht so, aber das... Los. Kein Kommentar. Geo-Termal-Anlage 4. Da muss ich bestimmt hin. Da liegt Zeug rum. Ich bin richtig. So. Läuft es immer noch gut. Arbeiter aus der nächsten Wachstation melden. Ihnen wird nichts geschehen. Arbeiter müssen draußen bleiben. Die haben mich angelogen. Mir ist das geschehen. Du lügst doch. Natürlich, sobald man ins Geschütz geht, kommen von hinten Gegner. Äh, vor dem Geschütz Gegner. Müsst du nochmal? Hallo? Ist er noch nicht tot? Ich habe ja auch gesagt, er ist ja nicht tot. Na toll. Hast du ein fettes Geschütz und lässt die Tür da im Weg. Jetzt müsste er tot sein. So, läuft es immer noch gut oder hat es inzwischen aufgehört? Hier, ich habe ein Geschütz. Schnauze. Okay, das Geschütz nicht mitnehmen. Oder hat sich der Chat verabschiedet? Ich weiß nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass der Chat einfach nicht mehr funktioniert, weil... Ah, achso, der Film war noch kurz weg. Okay. Nö, nö. Ist alles gut. Bin nur ein paar Mal gestorben. Okay. Was nichts verpasst. Alles wie immer. So. Läuft es noch gut? Sollte noch gut laufen. Was? Ich habe fünf Frames verloren. Und drei wurden übersprungen. Von knapp 200.000. Ich glaube, das geht. So, Wartungstunnel. Oder erstmal hier rein. Am Stuhl. Zurück. Hey du. Du machst nichts. Das wäre ich. Ignorier dich einfach mal, bevor ich noch etwas schief geht. Halt. Ich bin auf deiner Seite. Also. Das ist nur der Penner. Alles gut. Alles schön. Könnte ich mir den Stream vielleicht sogar mal angucken. Boah, das ist natürlich von mir. Aber kommst. Zeug von mir gucke ich mir besser nicht an, weil... Wo lande ich denn, wenn ich da lang gehe? Das Gefühl, ich sollte hierher kommen und dann... Da geht es nicht weiter. Okay. Irgendwie das Gefühl, ich sollte von da kommen und nicht über die Brücke gesprungen sein. Aber okay. Du bist nicht fein, ne? Das ist unser Tod. Gefahr. Extreme Hitze. Das ist auch ein bisschen verarschen. Ah nein. Das ist ein Zeug. Jetzt geht es mir viel besser. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. So, und ich habe mir voll in die Zunge verbrannt, weil ich Marquettes essen wollte. Die Hintergrundgeräu... Ja, die sind etwas lauter als der Rest. Ich weiß nicht warum. Das sollte so auch nicht sein, oder? Ich habe gerade eine auf mich geschossen. Audio. Ne, das ist... Moment, ich drehe gerade in der Musik, ich Idiot. Ich könnte die Soundeffekte ein wenig leiser machen, aber das sind glaube ich auch die Schüsse mit... Ein bisschen zu leise. Was geht denn hier wieder ab? Ich finde es schon so ein bisschen langsam. Aber sonst ganz gut. Hendricks sagt, dass du es zum geothermalen Kraftwerk geschafft hast. Dort sind fünf Stationen, die du sabotieren musst. Turbinen, Wassersteuerung, Wasserrückförderung, Lavasteuerung und die Hauptsteuerung. Ich muss ja einen Ingenieurstitel haben, um das ja alles zu verstehen. Ich bin doch nur ein Minenarbeiter. Wobei, ich muss es ja nur kaputt machen, das ist immer einfach. Zusätzliche Einheiten des Sicherheitsdienstes im geothermalen Kraftwerk Nummer 4 benötigt. Na, verkritte doch. Ich hasse Arme. So, wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir jetzt kurz in die Kontrolle. Lava-Kontrolle klingt gut, genau finde ich das Richtige für mich. Ich zeige euch mal meine Ingenieurskunst. Ich glaube, dem hätte ich nichts tun sollen. Naja, zu spät. Zu spät. So, wo sind wir denn hier hin? Nur im Notfall. Ich drehe mal. Scheiße, ja, ich bin unbewaffnet, leck mich am Arsch, du Arschgesicht. So. Ich glaube, ich hätte das nur auftreten müssen. Musst du das nur auftreten? Musst du das nur auftreten? Alle Einheiten sind nun auf Alarmcode rot. Wiederhole. Alarmcode. Ah, alles im roten Bereich. Passt ja. Genauso wie bei mir. Ich fände nicht, weil es mit der Kamera dieses Mal zuerst ist. So. Ich glaube, sonst habe ich immer die Pistole genommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Der Finger hat auch bestimmt alle Folgen geguckt und kann mir das sagen. Ist das Wasser? In der Tat ist das Wasser. Was? Drei Zuschauer? Ja, der eine hat sich verklickt. Das ist passiert. Der Irgendwie probiert das Bild, wenn ich unter Wasser bin. Kann ich da reinschwimmen? Scheint er nicht. Okay, was muss ich denn hier tun? Oh, diese Hintergrundgeräusche sind echt blau. Ich gehe mal weg. Muss ich irgendwas in die Luft springen vielleicht? Ich glaube, ich muss diesen Typ da unten erst mal. auf jeden Fall erschießen. Ja, das ist schon... Puh. Ich bin halt immer so schnell. Deswegen stream ich es auch heute, weil ich es mal beenden wollte. Ah. Vielleicht muss ich einfach diesen Knopf da drücken. Warum ist diese Hintergrundgeräusche so laut? Zweiten Teil habe ich nicht gespielt. Ich... ...habe nur den ersten gespielt. Ich solle vielleicht nicht mehr die Pistole benutzen. Ich solle vielleicht auch nicht den Raketen benutzen. Wir sind über... ...worden. Ähm... Ich fand die... Vielen Dank.